Wir brauchen nicht so viele Sophias. Der hat erst alle Sophias. Wow, das sind aber viele Sophias. Du siehst rum. So mein Schatz, Jacke anziehen. Wir sind gerade auf dem Weg. Wir sind schon eigentlich aus der Haustür, aber mein Kind weigert sich. So, los, schnell. Wir haben keine Zeit mehr. Achille ist schon in der Schule und ich kämpfe mit meiner Allergie. Richtig heftig gerade. Komm, Gianni ist natürlich auch wach. Aber ich konnte immerhin schon eine Wäsche zusammenfalten und eine Waschmaschine aufhängen. Okay? Ja, ich bin mega fertig. Ich bin sowas von... Ich weiß gar nicht, was ich reden kann. Mir geht es überhaupt nicht gut. Und ich habe mittlerweile schon die zweite Allergie-Tablette genommen. Gestern Abend habe ich, ich denke mal, so eine Stunde zu spät meine genommen. Und dadurch konnte ich heute Morgen kaum aufstehen und habe sogar den Wecker einfach zur Seite geschoben. Bis ich dann irgendwann wahrscheinlich durch mein schlechtes Gewissen aufgewacht bin und voller Panik dann alles zusammensuchen musste, damit die Allergie nicht zu spät kommt. Ja, dann ging es mir aber immer noch total schlecht. Und ich habe meine Tablette nochmal genommen. Eigentlich soll man die ja zweimal täglich nehmen. Einmal abends, einmal morgens. Ähm, nur das Problem ist, sie macht müde. Und, ähm, ich brauchte eigentlich gar nicht so eine hohe Dosis. Aber im Augenblick geht gar nichts mehr. Gestern war ich ja auch kurz draußen gewesen. Wir waren essen. Danach ging es mir eine Stunde lang total schlecht. Ähm, jetzt habe ich mir Frühstück gemacht, damit ich, ähm, ja, nicht wiederum wegen mangelnder Kraft oder Energie müde werde. Und die ist schnell nach oben. Da habe ich nämlich nochmal Wäsche gemacht. Aber noch ein Kaffee. Und ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Aber hier habe ich mein Gerät stehen gegen Allergie. Ich bin mal gespannt. Also wenn ich im Augenblick hier reinkomme, geht es mir schon ein bisschen besser. Was ich euch noch aber zeigen wollte, ist, weshalb ich diesen Joghurt in der letzten Zeit gerne esse. Der hat nämlich, soweit ich das hier sehe, keine Aromastoffe, sondern es sind echte Früchte verarbeitet worden. Das würde ich mal sagen, wow, heutzutage gibt es das noch. Ich habe einen Löffel gegessen und Baby Can ist bereits wieder aufgestanden. Der liegt vielleicht seit eine Viertelstunde. Ich glaube, ich habe, ja, ich habe noch nichts gemacht. Doch, 20 Minuten. Ich habe mich ja geduscht. Äh, die Achille ist da. Mir geht es halt quasi so schlecht. Ich musste mich vorhin nochmal kurz hinlegen. Mit Baby Can. Und jetzt sind wir hier, habe ich Socken sortiert. Und jetzt gehen wir mal schnell nach oben. Die Zolling ist auch oben. Cani, gehen wir nach oben. Machen wir nächste Wäsche. Joa, mein Schatz. Der E-D ist mittlerweile sogar schon weg. Achille, ja Schatz, da liegen noch Sachen von dir. Augen auf, Achille. Achille, ja. Ich fühle mich genauso, wie ich aussehe. Ich lag teilweise sogar hier auf dem Boden, obwohl ich immer noch da nicht gewischt habe, weil ich keine Kraft hatte, aufzustehen. Oh, lass mich aufwischen. Ich wische doch gerne. Äh, ja Schatz. Ich habe hier auch gestern versucht zu gucken, wie die Nagellacke aussehen. Das habe ich ja eigentlich schon seit ein Jahr in dem Kleiderschrank, weil die immer drangeht. Was machst du da? Ja, die Achille hat gerade meine komische Puppe angezogen. Das ist die Wäsche, die ich heute gemacht habe. Eine Ladung habe ich jetzt noch im Trockner. Das sind die, die ich bereits zusammengefaltet habe. Und, ähm, ja. Und aufgehängt habe. So, ich habe die Iselle abgeholt. Ah, in dem Lutscher, oder? Ja. Hast du hier die Haare gekämmt, mein Schatz? Hallo, nein. Ich? Ja. Nein. Wo ist mein Lutscher? Wir kaufen dir noch einen neuen. Los, wir fahren jetzt zu Baba. Der wartet auf uns. Die Mama ist nämlich nicht in der Lage, irgendwie etwas heute hinzubekommen. Ich bin gegen Muscheln allergisch. Nein, gegen Muscheln bin ich nicht allergisch. Jetzt hat sich Video schneiden können. Oh, Mann. Ich. Schlaf mir den Bein. Na, liebt ihr euch so sehr, dass ihr eure Kaugummi schon teilt? Selin, komm. Kämmen wir deine Haare. Warte, warte, warte. Noch nichts zu machen, noch nichts zu machen. Selin, wo ist dein Haargummi? Da. Wo? Da. Das ist kein Haargummi. So, ich hatte die Kamera vergessen. Guck mal, wie der Jan aussieht. Mhh. Baby, Jan. Da hat Brötchen gegessen. Darf ich mal schatzen? Auf einen Schluck. Ah, ja. Gott, ihr Lieben. Mir geht so schlecht. Ich glaube, ich stehe jetzt hier. Ich weiß alleine, wie fühlt sich da. Also, meine Lieben, ich weiß, es ist nicht gerade das Tollste, aber ich war gerade auf einen Poletten-Toaster. Was ist das? Da, wo ich jetzt war. Ich brauchte so eine Viertelstunde für mich und hat sich gut ergeben, weil hier daneben gibt es eins. Die Bedienung ist sowas von freundlich. Edi, die Dame war sowas von nett. Hast du gesagt, dass du von mir riefst? Ne, noch nicht. Beim nächsten Mal. Die war so freundlich. Hast du keinen Lärmung gemacht für uns? Ah, die war ein bisschen älter. Ich glaube nicht, dass die Shisha raucht. Ja, Kaffee trinken. Kaffee trinken, ja, stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Der Klaudi ist schon da gewesen und hat jetzt zwei Kinder mitgenommen, so habt ihr euch wundert. Macht einfach die Tasche in den Maxi-Kozi und dann lasst uns gehen. Mit dir darf ich auch, oder? Edi, machst du die Tasche in den Maxi-Kozi? Wir hatten auch gerade Besuch von Edis Kumpel, den wir mittlerweile genauso fast lange kennen wie Edi. Edi, lieb dich. Also jetzt, wo ich weiß, wie die Claudia aussieht, ne, und wie sie ist, ich will sie sehr leicht rüberfliegen. Hi Claudia. Hallo Baby-Jahn. Ist es warm? Wir haben endlich, geh? Da, mach den kleinen Schreik auf. Hier, du haben... Nein, nein! 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 Schatzi, das ist doch für dich. Nein! 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 Und die Schreik auf dem Haus, unsere Sonne. Edi, der Verstecker. Haste du was versteckt? Und John, der kleine Räuber? Nein! Und John, der kleine Räuber? Nein! Nein! Mai, Mai, wo ist der Hau? Er ist in der Uni. Dein Bruder ist in der Uni. Mein Bruder, mein Bruder. Sie scheinbar schon. Guck mal mein Salat an. Ich glaub, da setzen wir uns alle dran. Oh nein! 3, 1, 2, 9, 6, 5... Aber warum wollt ihr auch mal probieren? Reis. Wo war's auch mit Bananen? Heiß, dann heißt. Mai, gebt ihr ihr Essen mit uns? Nein. Was denn? Salat. Salat auch essen, ja. Aber ich möchte nicht. Mai, was war mit deinem Salat? Was ist mit meiner Pizza? Da brauchst du gar nichts zu lassen. Unglaublich, ja. Unglaublich. Und das ist deine Zähne. Ja, ja. Gar Zähne. Symbolisch, symbolisch. Virtuell hat er Zähne, virtuell. Guck mal, guck mal. Irre. Dort wo er sitzt, wächst du der Salat. Alle Kinder schlafen. Ich muss jetzt Video schneiden. Wie mach ich das? Mal gucken, mal gucken. Ich hab für die Kinder Wassermelone gestern gekauft und es schmeckt richtig gut. Die kriegen sie und ich bin direkt am PC. Okay. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ja, wie man unswer erkennen kann, in diesem Auto. Das heißt, ich hab das Video geschnitten und will es gerade hochladen. Und ich bin etwas neben der Spur, denn eben gerade habe ich einen Brief geöffnet von Amtsgericht. Ich habe bereits letzte Woche eins bekommen, wo stand, dass bald diese Entscheidung schriftlich dann sein wird. Also sein wird und dann kommt sie schriftlich. Das hat der Richter so erklärt. Und jetzt haben die Anwälte wieder ein Schreiben geschickt und es ist so an den Haaren herbeigezogen. Passt einfach null zusammen. Und so fühle ich mich gerade. Wo ich mir denke, wie sind denn die Leute. Das ist bestimmt der Klaus. Hei Klausi. Ja, weil ich gesehen habe, dass das dann kann. Ja, ich wollte dich fragen, wie ich reagieren soll. Ich habe jetzt nämlich ein Schreiben vor, also der Richter. Kannst du gerade reden? Keine Ahnung. Warte mal, ich geh mal in die Parten zum ganzen Treppenhaus. Ich gucke gleich wo sie sind. Okay, nee warte, dann lad ich mal schnell das Video hoch und dann telefonieren wir. Ich lass dann bei dir klingeln, dann kannst du mich zurückrufen, okay? Ja, alles klar. Okay, hatte, ciao. Sieben Euro? Sieben Euro? Ja. Mama. Zeig mal. Mama. Ja, Schatz. Du hast ja auch Geld. Ja, aber nicht hier. Ich kann dir aber ausleihen. Dann gibst du mir zurück. Du gibst mir sieben Euro. Ja. Und ich gib diese von mir sieben Euro zurück. Ja. Und dann muss ich wieder Geld verdienen, diese sieben Euro. Ja, sparen. Verdienen kannst du noch nicht. Sparen. Also ich habe sieben Euro und du nimmst mir sieben Euro zurück. Ja. Dann habe ich ja gar kein Geld mehr. Ja. Das sind ja lauter Sophias, alle gleich. Sophia. Sophia? Aber wir brauchen nicht so viele Sophias. Der, der ist alle Sophia. Mama. Das sind aber viele Sophias. Sag ich doch. Ja. Das Kleid ist aber nicht so hübsch, oder? 20 Euro, Schatz. Ist hier so toll aus, oder? Ich sehe aus, wie ich mich fühle. Hier. Ja, heute gab es auch bei Real Geschenke. So kleine Tüten mit Apfel. Was war er? Da. So sieht man. Wartet. Ein Riegel, Apfel, Banane, Energiedrink. Und irgendwie zehnfach pumpen, oder sowas. Mama. Cool. So. Und die waren nämlich so günstig, dass ich denen das gekauft habe, weil die rammen mittlerweile super gut auf und spielen wirklich sehr, sehr viel. Also mein Lieben, wir sind schon länger zu Hause. Aber mir geht es einfach nicht so gut wegen meiner Allergie. Deshalb verabschiede ich mich jetzt und sage euch Gute Nacht. So, wie ist es schön. Oh, das Lägel kam mir rein. Du hast dich ja gerne auf den Weg gehen. Richtig cool, das Teil. Oben saß der John, unten saß die Selin. Ich bin völlig super okay.